Guten Tag, mein Name ist Durya. Marlina? Ich heiße Marlina. Mir macht die Verbindung mit allen am meisten Spaß, also zu spüren, dass wir eine große Gruppe sind. Ja, und dann singe ich und er trommelt. Du spielst das Trommel, oder? Ja. Deine Proben mag ich besonders, dass ich mit Felix und Daniel so viel Schabernack treiben darf. Und mir macht es auch Spaß, mit dir zu singen, wenn du Ukulele spielst. Und was machst du besonders? Ähm, Lachen und Kerne und Spielen und ähm... Einfach alles, macht mir das Spaß. Ja. Der Kohlfelle und der der Freunde und Felix und der Klasse und der Bühne und, ja. Mir macht Spaß... Spaß ist... beim Fliegen. Das mag ich so gern. Ich hab mal mit Norima zusammen in eine Gruppe gehabt. Und mit Anouk und so. Und jetzt bin ich hier. Ja. In deutschen Europa. Ein bisschen. Aber nicht so sehr. Beim Fliegen nicht anstrengend, sondern richtig viel Spaß. Ja. Und warum? Was ist besonders anstrengend? Stein. Stein? Auf dem Stein sitzen? Ja. Das versteh ich nicht. Schade. Ich hatte ja auch den Text gesprochen. Abenteuer und Welterforscher und Freiheit gesprochen. Abenteuer. Und was auch immer. Ich will Abenteuer sein. Ich mache ein Solo, aber eher mit Tanzen. Und es macht sehr Spaß. Bei mir fließt die Energie in mir drin. Und ich spüre den Rhythmus in mir drin. Leute, viele Leute. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Premiere. Und ich bin sehr aufgeregt, weil ich auch gespannt bin, wie die Reaktion einerseits des Publikums sein wird, aber auch von uns Darstellenden. Wirst du Lampenfieber haben? Ja. Ja, ich auch. Ich werde auch Lampenfieber haben, ja? Ja. Aber das werden wir schaffen. Bisschen Lampenfieber, aber ich freue mich sehr dort darauf. Und ja. Und die Tassen. Und Kletter. Und der Stein. Und das ist richtig lautig. Und der Löffel. Ja. 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 Ja, ich, ja, ich, das ist ja ausgerückt. Komm gleich Papa und Flo auch und Mama und Opa auch. Die kommen alle zu von mir, oder? Ja, wirklich. Das ist ja auch immer so eine Beziehung miteinander, mit dem Publikum und mit uns. Und wie das alles sich ergeben wird, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch immer so eine Beziehung. Vielen Dank.